Wir hoffen, mit unseren neuen physikalischen Methoden die Früherkennung von Tumoren, gerade im Bereich der Mammographie, verbessern zu können. Durch die Verwendung der wellenoptischen Interaktion von Röntgenlicht mit Materie, hoffen wir, schärfere und bessere Bilder des Körperinneren generieren zu können. Was mich persönlich motiviert, ist einfach der Ausblick, das wirklich in die klinische Bildgebung zu überführen. Ich wünsche mir, dass wir weiterhin sehr interessierte und motivierte Doktorandinnen und Diplomaten haben, die helfen, die neuen Ideen umzusetzen, weil das, denke ich, ist das Allerwichtigste. Die Ein von